Orcs, meine künftigen Kanonen sind vollgeladen. Zeigt uns den Gegner, den ihr auslöschen wollt. Rismen-Kanonen sind vollgeladen. Ist mein Meister. Feindlicher Schiff. Sieh des Schiffen. Oh, das halt einfach nur durchhalten, bis es immer wieder aufgeladen ist. Was ist ihr vom Krieg? Euer Lied soll mich leiden, wie die Ahnen es wünschen. Ich wusste, dass ihr mich verhauen würdet. Dies ist der beste Weg. Feindlicher Beschuss. Warp-Kanonen. 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 Die beiden mal hier oben vor Tiding. So, leider bin ich gar nicht. die machen das schon hier oben hält aggro geht immer damit erhoben necrons vertreiben der oben ist ziemlich nahe jetzt, der aber auch die sind zurückgeschlagen dann geht er mit dahin die haben zart kaputtgegangen, wunderbar, noch einmal gebrochen wie sieht es aus? die gefahr hat uns gefunden die verdammten an den basen dran, die ganze kampf achso, ich muss die Arme wieder durchschicken, wer kann das denn? hier? ja ja, dann machen wir hier die Uoks weg wir stehen unter feindlichem beschuss halt doch mal schneller auf hier oh, die von uns sind eigentlich gut hier unterwegs der ist fast, na, da gibt keiner ja come on lichten sich soll ich euren nächsten zu fördern der feind kann sich nicht von ihm verstecken oh, die roben Profil ist gestorben ok, der da oben ist der gefährlichste ich wusste, dass ihr mich brauchen würdet der ist noch abgelenkt ja, mach, ein bisschen weg na geht ihr noch nicht die Gefahr hat uns gefunden dann geht ihr noch nicht meine Hälfte gehöre nur euch wir nehmen Schaden jetzt kann ich aber Laserbeam So, haben wir oben gecleaned. Wir sind der schottenhafte Tod. Wir stimmen zu. Die Nebel von Augen und Zeit lichten sich. Der haut da drauf. Die Zeit des Krieges ist nah. Die Gefahr hat uns verfehlern. Meine Kräfte gehören nun euch. Laserbeam. Wir stehen unter fremdlichen Beschuss. Oh. Nachher kommt die Tür. Ich würde fast sagen, wo ist denn der rote? Hier verlinkt ihr mal die Basis von dem Chaos-Leutchen. Wir stehen unter feindlichem Beschuss. Wir stehen unter feindlichem Beschuss. Ich habe Rückgebäuern 9. Unsere Gedanken sind ein Kampf zum Materialisieren. Nein. Du gehst schon angreifen und Autor. Voll fies. Jetzt müsst ihr eigentlich sterben. Zeigt uns den Gegner, den ihr auslöschen wollt. Die Nebel von Raum und Zeit lichten sich. Für ein Platz zu kommen. Elum Taube 1. Lato, schneller mein Nord. Alles voll. Och, stimmt immer noch. Elum Taube 1. Ja, zusammen. Der Feind wird aus unserer Warnungen. Wir sind oben. Wir nehmen Schaden. Dann ziehen wir uns zurück. Lass mich hier oben einfach hoch sein. Tja, wir müssen noch warten, bis wir genug Power haben. Wir nehmen Schaden. Die Gefahr hat uns gefunden. Wählung Taube 1. Bringt uns näher her. Wir zu brauchen ist nur eine Phase unserer Existenz. Wir können sofort dort sein. Ich wusste, dass ihr mich verlassen würdet. Dann kann ich lieber nicht schießen. Dann kann ich lieber nicht schießen. Feindlicher Beschuss. Wir müssen jetzt weiter mit den Schaden. Ich bin in der 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 Schaden. rückgegangen irgendwo unglaublich mächtig vielleicht haben wir noch zwei Einheit die das machen irgendwann hier oben in den Ort anreißen äh 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 feindliche Beschuss Unsere Armeen. Sie hat Störungen. Ja. Hier greift. Wir stehen unter feindlichem Beschuss. Und ihr sammelt euch alle hier. Ist nicht jemand? Nö. Hier? Nö. Ah, ich kann die Waffen abfahren. Ah, verdammt. Sind da irgendwo Waffen dran? Hier. Ah. Ich hab' die ganze Zeit gekonnt. Blöde. Blut fließt durch meine Adern. LASER BEAM Was I'm going to need? Okay, Powerbeam is ready. Feindlicher Beschuss. Und klappt. Und neu. Wollen wir nicht aufpassen hier. Meine Wunden müssen später heilen. Noch kann ich gehen. Ich wusste, dass ihr mich brauchen würdet. Ich ziehe in den Krieg. Ich spüre den Feind. Sie kommen näher. Euer Rat ist weise. Wir stehen unter feindlichem Beschuss. Feuer! Also, ich ziehe. So, wir haben Laser Guns Pew Pew. Und kann nur Laser Gun Pew Pew. So, ich ziehe. 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 So. Wo, ich ziehe. So, ich ziehe. So. Oh! So, ich ziehe. Und das ist wie eine oberste. Weitere abläuft. erfüllt, aber er ist sehr beschädigt. Wenn er explodiert, sind wir alle verloren. Unsere Leute erwarten eure Befehle, Runenprophetin. Wie lauten sie? Die Necrons kamen, um Seelen einzufordern und fanden nur den Tod. Wir können nun gehen. Geht! Durch die Portale! Beginnt die Evakuierung! Wir sind mit dieser Welt fertig. Geht! Wir haben zwar die Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Die Necrons werden ihren Feldzug fortführen. Und an jeder Ecke dieses Universums werden wir auf sie warten. Und sie werden sehen, dass wir keine Angst vor ihnen haben. Mission erfolgreich. Und die tollen Credits wieder. Tja, es gibt noch die böse Kampagne. Aber schonmal danke fürs Zusehen für die guten Kampagnen. Bisschen viel rumgefällt von meiner Seite, aber so läuft das halt nun mal. Das Spiel ist auch fies. Ich wollte eigentlich Bescheid sagen. Bainblade gegen Blutdämon. Die Kampagne sind ja relativ kurz, einige Sekunden durchlaufen lassen. Da kämpfen wir noch die Super-Einheiten gegeneinander. Aber... Die Mission hier war schon ziemlich fies, da man immer quasi mit nichts anfängt, wenn die Gegner schon alles haben. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.